servus pyrus herzlich willkommen zu einem neuen video heute gibt es für euch von involution die double gold es handelt sich hierbei um eine 25 schuss batterie mit einem kaliber von 30 millimetern die brenndauer beträgt circa 25 sekunden und die effekthöhe circa 30 meter und die batterie hat eine maximum nem von 500 gramm ja preislich die batterie bei 27 euro ist relativ teuer finde ich gerade dadurch dass sie eigentlich immer nur so in zwei erfahrer oder so zu bekommen ist mit drahtkäfig und so weiter das heißt man muss dann gleich zwei kaufen die bouquets sind schon echt kräftig aber halt relativ teuer deswegen habe ich sie mir nicht geholt dieses jahr ich wünsche euch trotzdem viel spaß mit dem effekt video ja 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 Vielen Dank.